Hallo, mein Name ist Hans-Jörg Müller, ich bin 55 Jahre alt, bin in Kleinkaben aufgewachsen, wohne jetzt wieder seit zweieinhalb Jahren in Großkaben, bin vom Beruf Verwaltungsfachangestellter und ich kandidiere für das Amt des Ortsbeirats in Großkaben. Und mein Ziel ist, dass ich mit den Bürgern und Bürgerinnen in Kontakt komme und mir ihre Anliegen anhöre und dann zwischen Mitglied, sage ich mal, zwischen Partei und den Bürgern bin und zu vermitteln und die Nöte und Ängste ihnen anhöre. Ja, und ich würde mich freuen, wenn Sie mir halt Ihre Stimme geben würden und bin noch Mitglied in der Karpener Künstler-Initiative und was mir auch sehr viel Spaß macht.